einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer Udin und ich begrüße euch zu einem neuen unboxing hier habe ich was extrem geiles drin ich hatte auf facebook hatte ich mal ein bild gepostet und da kamen auch viele anfragen kannst du das mal vorstellen und das sieht interessant aus und so ja ich habe die firma angeschrieben und gefragt ob ich ein muster haben könnte um mit euch zu zeigen und die firma war so nett und hat mir das zur verfügung gestellt irgendwo steht hier werbung link packe ich euch natürlich unten drunter den amazon link wo ihr das bekommen könnt wenn ihr das seht gleich ich habe es ja auch bis jetzt nur auf bildern gesehen und ich habe es jetzt seit vorher woche donnerstag hier oder so und konnte ja das video nicht machen weil ich keine zeit hatte ich hatte halt ein paar termine und meine frau war noch da und da wollte ich halt lieber die zeit mit frauchen genießen ich bin so aufgeregt schwarz da ist er der headbanger jetzt seht ihr noch nicht viel aber wir gucken uns gleich ganz genau an also ihr bekommt ihn im schwarzen karton seht ihr das also hier steht auch yourheadbanging.com steht da das ist die webseite bestellen bitte nur bei amazon haben sie mir gesagt weil über die webseite wird nicht mehr wirklich verkauft ich habe da auch nicht verstanden hier haben wir dann noch mal die daten modell modellnummer also wartet für modelle headbanger und hier dann auch noch mal so kaltet euch mal länger hin wenn ihr das sehen wollt einfach pause drücken und da dann auch noch mal oben nichts unten auch nichts und vorne halt das fenster aber das seht ihr jetzt ganz schlecht weil es hier spiegelt aber die form könnt ihr sehen so ein bisschen vielleicht doch so seht ihr ein bisschen was ja den werdet da gleich richtig sehen ich werde dann auch noch ein hardware video dazu machen dann gucken wir uns den ganz ganz genau an aber viele haben heute gefragt ob ich mal wieder ein unboxing machen kann und das werde ich hiermit heute machen ein reines unboxing ich mache euch mal nach unten dann könnt ihr jetzt so ein bisschen mehr sehen oh geil da ist ja ein t shirt bei das wusste ich gar nicht yourheadbanger.com steht vorne drauf und natürlich wie soll auch so seht ihr das und wie soll es anders sein in schwarz wie geil so dann kommen wir zum ersten da ist er den gibt es halt in zwei verschiedenen formen und hier auch dann noch mal die webseite yourheadbanger.com den gibt es halt so wie ich ihn euch zeige und einmal ohne kutte so was haben wir hier oh hier sind die aufkleber also da pentagramm totenkorb und mittel so ich packe erstmal weiter aus und dann zeige ich euch das heftchen oh der ist der sieht so geil aus ich traue mir ja nicht den rauszuholen unten ist nichts weiter drin so und hier haben wir das gute stück hier ist dann noch polster das kann ich gleich abmachen hier ist die so könnt ihr mal das hier sicht sehen also augen hat er nicht wirklich weil die sind ja sowieso die haare davor so und das geile daran wartet ich muss erst mal das styropor hier abmachen weil der ist wirklich hier haben sie dann so ein styropor hals gemacht und der ist dann um den headbanger rum weil wie ihr seht der wackelt ist ein wackelkopf und da haben sie hier nämlich einen geilen zettel gemacht da das sein kann dass beim transport der kopf vielleicht verletzt werden kann ihr kennt die post und die anderen unternehmen und hier hinten eigentlich muss man vorsichtig machen so seht ihr denn dass der da so eingehangen ist und dass man den da wieder rein machen kann und hier unten ist dann halt wenn man so hinguckt eine stange alles hier drauf eigentlich super erklärt und den headbanger den macht er persönlich in handarbeit also das ist jetzt nicht eine große firma die jetzt dahinter steckt warte mal ich mach mal so dass er mich sieht das ist ein bisschen freundlicher das ist jetzt keine große firma die dahinter steht das ist ein mann der die selber in handarbeit produziert deswegen werdet ihr bei amazon auch immer sehen dass da nur einer verfügbar ist weil die macht er per handarbeit und dann gibt es den halt so ohne kutte so mit so nur schwarz und dann halt hier mit so einer kutte auch die kutte macht er selber ich habe hinten den toten kopf wie geil ist das denn den habe ich mir gewünscht ich finde es geil also der kommt ins auto jetzt wackelt er richtig seht ihr das boah ist das geil hat ja mal simuliere eine straße boah wie geil ist das so den gucken wir uns aber gleich nochmal ganz genau an da mache ich dir nochmal ein extra video dann zeige ich ihn euch von oben von unten von links von rechts von allem das sollte jetzt nur ein großes unboxing sein was mir wieder zu lange geworden ist ich werde auch noch ein video machen wenn ich ihn im auto habe da muss ich mir aber erstmal eine anti-rutschmatte holen wo ich den ruf mache kriege ich hin meine andere sie haben hier klaut ein auto dran aber kriege hin kriege hin dann werden wir auf jeden fall noch ein video machen wenn wir den im auto haben und wenn ich dann mal fahre möchte ich mal gucken ob ich da auch mal ein video machen kann beim fahren das meine frau den filmt oder so muss ich mal gucken wie ich es hinkriege da werde ich euch das denn noch genauer zeigen bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal erstmal ein riesen dankeschön an yourheadbanger.com für die bereitstellung ich finde den mega geil Link wie gesagt in der video beschreibung ich verabschiede mich dann erstmal Ahoi sagt euer Odin